So, wir haben uns in der letzten Zeit mehr mit uns beschäftigt. Wir müssen das anders angehen. Im Endeffekt verlieren wir einen aus dem Blickwinkel. Wir müssen zusehen, dass wir ihn wieder für uns gewinnen. Dieser Kunde funktioniert so, dass er sieht, was unsere Firma ist. Wir müssen uns verkaufen. Das haben wir schon angefangen durch das Merchandising. Es reicht nun nicht aus. Wir kommen immer wieder darauf zurück, dass wir trotzdem ganze Kontrolle... Wir kommen immer wieder darauf zurück. Wir kommen wieder auf. Das war's. 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 Das war's.